Willkommen bei Finance Experience. Im heutigen Video sprechen wir unter anderem über die Pläne und Prognosen der Bundesregierung für 2023. So gibt Christian Lindner beispielsweise seine Prognose zu der weiteren Entwicklung der Inflation bekannt. Zugleich wird der deutschen Regierung vorgeworfen, nicht mit offenen Karten zu spielen und ganz große Nebelkerzen zu verteilen. Wenn ihr wissen wollt, wie man uns an der Nase herumführt, dann bleibt unbedingt bis zum Schluss dabei. Mit Blick auf das kommende Jahr geht Finanzminister Christian Lindner wie auch die Bundesregierung davon aus, dass die Inflation insgesamt leicht zurückgehen wird. Preisstabilität habe in diesem Zusammenhang für die kommenden Monate höchste Priorität, dennoch sollten wir uns an höhere Energiepreise gewöhnen. Es wird ein neues Normal sein. Gas über die Flüssiggasterminals ist schon aus logistischen Gründen teurer als das russische Pipeline-Gas, so Lindner. Infolge prognostizieren aktuelle Analysen eine Inflation für 2023 von 7 Prozent. In den folgenden Jahren sollen die Preise dann weiter sinken. Da ein wesentlicher Treiber der hohen Preise die Energiekrise ist, fordert der Finanzminister die Ampelregierung dazu auf, das Fracking-Verbot hierzulande aufzuheben. Ob die Politik mit ihren Prognosen richtig liegt oder wie in der Vergangenheit eher das Gegenteil eintritt, man erinnere sich in diesem Zusammenhang beispielsweise an die Aussagen, dass die Inflation nur vorübergehend ist, wird sich schon bald zeigen. Auch der Ruf nach Fracking ist ein bemerkenswerter Schritt der deutschen Politik, der mal wieder zeigt, wenn zwei das gleiche tun, ist das noch lange nicht dasselbe. Denn immerhin predigt die Regierung seit Jahren die Notwendigkeit der Energiewende durch saubere Energie. Mit der Fracking-Methode wird aber Erdgas gefördert, wenn es nicht frei sondern in sogenannten unkonventionellen Lagerstätten vorhanden ist. Das bedeutet, dass es beispielsweise in Schiefergestein oder in Kohleflützen verfügbar ist. Zur Förderung des Gases wird dann zunächst in das Gestein gebohrt und im Anschluss mit einem Druck von bis zu 1000 bar ein Gemisch aus Wasser, Quarzsand oder Keramikkügelchen und diversen Chemikalien hineingepresst. Welche Chemikalien dabei genau freigesetzt werden, ist dabei oftmals gar nicht bekannt. Denn die Unternehmen sind sowohl in den USA als auch in Deutschland nicht verpflichtet, die Substanzen zu veröffentlichen. Laut einem Bericht an den US-Kongress wurden rund 750 Chemikalien genannt, die zum Teil sogar giftig oder krebserregend sein sollen. Auch ein Gutachten des Umweltbundesamtes aus dem Jahr 2012 bestätigt die Bedenken über die Chemikalien, die beim Fracking zum Einsatz kommen. Dort heißt es unter anderem wie folgt. Zitat. In der Bohrung Dame 3 wurden zum Beispiel bei drei Frecks rund 12.000 Kubikmeter Wasser, 588 Tonnen Stützmittel und 20 Tonnen Additive, davon 460 Kilogramm Biozide verpresst. Die Auswertung der verfügbaren 80 Sicherheitsdatenblätter ergab, dass sechs Zubereitungen als giftig, sechs als umweltgefährlich, 25 als gesundheitsschädlich, 14 als reizend, 12 als ätzend eingestuft sind. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Fracking ist also nicht nur bedenklich wegen der umweltschädlichen Emissionen, sondern auch weil es zu einer Verunreinigung des Grundwassers kommen könnte. Doch eins muss man ganz klar festhalten, viele Möglichkeiten gerade unter Beachtung der Kosten um die Abhängigkeit von Russland zu lösen hat Deutschland nicht. Zwar könnte man Russland durch das weltweite Erdgasangebot als Lieferant ersetzen, doch die Frage ist dann zu welchem Preis. Lindner hingegen hält die Argumente die gegen Fracking sprechen für überholt, er sagte im Detail dazu folgendes. Zitat. Eine unabhängige Expertenkommission des Bundestages hat 2021 bestätigt, dass die Technologie verantwortbar ist. Das Verbot sollte fallen, dann können private Investoren entscheiden, ob der Abbau wirtschaftlich ist. Gegenüber Gas aus anderen Weltregionen erwarte ich Wettbewerbsvorteile. Zitat Ende. Eine wesentliche Frage an dieser Stelle ist auch der Umgang mit der aktuellen Staatsverschuldung für die Agenda 2023. Denn viele Ökonomen und Experten warnen bereits, dass die Kombination aus hohen Staatsschulden und hohe Inflation in der Vergangenheit immer wieder zu Krisen führte, so wie beispielsweise in den 70er Jahren. Doch Tatsache ist, dass die Ausgabenpläne der Regierung grenzenlos zu sein scheinen, für das Jahr 2023 wurde kurzzeitig sogar das Pausieren der Schuldenbremse diskutiert. So hatte man sich auf einen Bundesetat für 2023 in Höhe von rund 477 Milliarden Euro geeinigt, und das ist bereits deutlich mehr als Bundesfinanzminister Christian Lindner geplant hatte. Die Investitionen steigen um 13 Millionen Euro und die Ausgaben insgesamt um 31 Milliarden. Zur Finanzierung nimmt der Bund neue Kredite in Höhe von 45,6 Milliarden Euro auf. Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtete hierzu folgendes. Zitat Der Bundesrechnungshof hat Finanzminister Christian Lindner vorgeworfen, die wahre Haushaltslage des Bundes zu verschleiern. Anders als behauptet werde Lindner im kommenden Jahr die Schuldenbremse doch verletzen, sagte Präsident Kai Scheller dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Nach Berechnungen des Rechnungshofs sei die für 2023 geplante Schuldenaufnahme mit fast 107 Milliarden Euro mehr als doppelt so hoch wie die offiziell ausgewiesene Neuverschuldung von knapp 46 Milliarden Euro. Einen so hohen Wert lasse die im Grundgesetz verankerte Schuldenregel nicht zu. Die Regierung unterläuft die Schuldenbremse, beklagte Scheller. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Auch der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz kritisierte die Finanzpolitik und warf der Bundesregierung eine Verschleierungstaktik in der Haushaltspolitik vor. Die Koalition entwickle eine große Fantasie in der Umformulierung normaler Haushaltsvorgänge, sagte Merz der Deutschen Presseagentur in Berlin. Immerhin hatte die Regierung im vergangenen Jahr zwei sogenannte Sondervermögen über Schulden finanziert. Nämlich einmal die 100 Milliarden Euro für die Verbesserung der Ausrüstung der Bundeswehr und einmal 200 Milliarden Euro, die die Folgen des Ukraine-Krieges in Deutschland sowie die hohen Energiepreise abmildern sollten. Die FAZ berichtete hierzu folgendes. Zitat. Merz betonte, die Bundesregierung muss ja nicht auf die großen Herausforderungen damit antworten, dass sie sich sozusagen Geldbunker im Fehler anlegt, um damit formal im Folgejahr die Schuldenbremse einzuhalten. Dies sei eindeutig ein krasser Verstoß gegen das sogenannte Jährlichkeitsprinzip, nachdem Ausgaben und Einnahmen immer im selben Haushaltsjahr verbucht würden. Der Bundeshaushalt heißt jetzt Kernhaushalt, aus Nachtragshaushalten werden Ergänzungshaushalte, und aus Schulden werden Sondervermögen. Da werden ganz große Nebelkerzen geworfen, wenn es um die klare Abgrenzung von Haushalt und Nachtragshaushalt, und vor allem um neue Schulden geht. Zitat Ende. Und was denkt ihr? Werden wir hier für dumm verkauft? Schreibt uns dazu unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, sodass ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald! Euer Team von Finance Experience Bis bald! Untertitelung des ZDF, 2020